Okay, fliegt raus mit Wein, wenn wir den Geld rückt halten. Oh nö, ne Dead Fee! Okay, jetzt hast du die Ausdauer drauf, boah, okay. Dann werden wir mal verletzt, wie es aussieht. Da war was angekettet. Ja, nochmal mit. Scharfer Kabelkopf. Okay. Ah! Hallo? Hm. Gute Frage, jetzt. Er hat gesagt, aber der beraubt nicht das arme Volk, aber ein Dieb ist ja trotzdem ein Dieb. Ha, 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 ha. A thief's a thief, no matter who he steals from. Prepare to face your punishment. Lads, geh ihn! Ah, da sind sie wieder. Äh, kann ich das Schild bitte wieder? Achso, das brauchen wir erstmal noch, ne? Also irgendwie haben wir die Mistgabel mitgenommen, du. Mit langsam deinem Pech, das ist scheiße, ne? Äh, ne, das war falsch. Die Pond seems quite animated. Äh. 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 Du weißt, was zu tun. Du hast es bereits getan. Auf Wiedersehen. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig war, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ah, da ist nichts mehr. Mal gucken wir mal die Ziegel wieder davon. Wahrscheinlich müssen wir das Gebiet verlassen. Ne, es ging erstmal zurück, weil, na? Ja, wir können uns Geld geben und so. Oh, mich würde es auch interessieren. Wir können aber halt eine Zwischen speichern, ne? Das hat alles Konsequenz. Und wir testen es mal. Ach, das war's schon. Äh. 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 Quellwasser, böser Blick. Ja komm, krieg's mit Brot von mir aus. Äh. Äh. Gött. Do you have any tips, Bird? Ja, da ist Wotchen. Okay. Dann bis dann. This is the road back home. Ja, über's Dorf machen, natürlich. Wollt denen jetzt Geld noch bringen? Hallo. Ja. You're back. What of my brother? Your brother was robbed by Bandits. But he's safe now. Oh, dear me. What about the Kopecks? Here they are. Thank you, Ivan. I will not forget this. And here is my sweat rack. Wollen wir das Tuch noch, ne? Be careful, it is wet. So. Charakter. Rechtschaffen, törisch, aggressiv, egoistisch, warum ist das noch mein Körper? Obergeist, Schicksal. Okay. Okay. Im Geschenk von Baba Yaga ist wirklich nahegelegen, weil das man sich noch den goldenen Apfel fragen. Okay. Kann man vielleicht nicht noch irgendwas kaufen? Bei mir ein paar Koppas. Willkommen, Sir. Interessant. Kauf. Is what I have for you to- Der Notal ist meines. Möchte ich eigentlich nicht. Oma. Do you have the gifts ready for- Ops. Äh, Knarren verwirren. I got both of them. I am ready to go to Baba Yaga now. Wish me well, Grandma. Then go to the forest to find Baba Yaga. She will help you. Do what she asks, as she knows what's right. Travel well, my boy. Oh, and while you are out there, see if you can find yourself a wife. Ja, is okay, Mom. Kann man vorher kurz hin da rein. Verschmieden. Äh, Amboss verbessern. Äh, Bergungs-Upgrades. Schaut mal an Bergen von Ärzten. Erweiterungen wieder zu gewinnen. Ah, ja. Okay. Zurück. Erweiterungs-Upgrades. Herstellen. Erweiterungs-Upgrades hinzufügen. Erweiterungen. Alle Erweiterungen. Rune-Schnitzen. Nee, ich glaub das mit dem, äh, Dings kriegen wir noch. Dass wir, äh, 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 Erze farmen können. Das ist, wo Vasilisa kommt, um ihre Schrauben zu verkaufen. Ich wundere, wo sie jetzt ist. Oh, Vasilia. Ja. Gute Frage, weiß ich nicht, Bruder. Da kann man nichts machen. Ja, aber nicht. Hier würden wir das andrehen. Na, Bruder, ich hab halt nur noch eins. Das tut mir echt leid. Das ist okay. Wauw. 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 Ich drück es immer weg. Okay. Verlassen. Ich geb dir leider was zum Essen, Bruder. Das geht halt jetzt grad echt net. Äh, 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 äh. Ähm. Bö, 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 genau. Sonst noch was? Können wir es irgendwo reinschmieden? ist unser hammer und ist ein material immer da rein machen können charakter rechtschaffen zauberformen für die zünge flügel und segnungen naja aber hier klar logisch herstellen nahkampftreffer wovon zurückwerfen während des wuchs ein tödliches metall ein leicht metall ein zeitloses metall okay jetzt kann man das ja vorstellen machen okay machen herstellen wagenrad fortbewegen während des haltens des wagenrads möglich was passiert wenn man da jetzt zum beispiel leichtes weiter geschleudert werden machen wir denn noch was schlechter das ist ja die frage über die benötigte geschenke um den rad sein tag neigt sich am ende zu aber bricht am abend bricht an aber wie jedermann weiß sind die feinde jetzt am schwächsten das heißt es ist ironisch an solche tage seid es steht mit dem morgen sonne auf verlässt die zeit lässt sich zeit und zieht mittags los ja wir gehen mal abends wenn er den terren betest kannst du dir die günst der götter zuteil werden ah kann muss aber nicht das sieht auch so super optimal das spiel ist echt ziemlich weiß nicht die nacht bricht herein nice komm her bruder nix da kein loot ok bei viel mehr die ziege hier wird er ja auch deutlich mehr der mensch angebrochenes hufeisen da oben kommen wir aber noch hin aber dann kampfgebiet naja aber hier ist aber nix kampf mit dem erzbergen kriegen wir irgendwann auch ist aber cool dass wir uns ein bisschen zumindest bewegen können au au bap-ap-ap bap ab noch ein bisschen was Luftwasser der rekt sich wahrscheinlich habe er transporteile gefunden Na, okay. Au. Geh mal den Scheiß, ja. Danke, Zen. Kein Loot. Ich bin enttäuscht von dir. Ich dachte, das Material ist für mich. Hi, Hundi, was geht? Eisen? Eisen-Upgrade tut aber schon voll weh, du. Es ist halt immer so eine Sache, weißt du? Da könnte halt überall irgendwo was sein. Gut, okay. Aber wir kennen es ja noch nicht so. Ja, ich sehe gerade, der Hammer hat Spikes dran. Okay, das tut echt weh. So, wir sind links lang, dann gehen wir jetzt rechts lang. Geh mal hoch. Da scheint es mal deutlich weiter, weiter zu gehen. Okay, ja auch. Will ich das? Hi. Hey, psst. Gib mir ein Objekt. Und ich werde dir ein Zeichen erzählen. Nee. Warte. Hey, psst. Gib mir... Was willst du? Kriegst du einen Goldzahn? Mach mal was, mach mal was nicht. Okay. Wie hast du das rausgelernt? Freund Nase. Oh, ach da, die leuchten, ja. So, zack. Damit war nichts, ne? Da oben scheint irgendwas zu sein. Da will ich jetzt aber gerade noch nicht hin. Ich will erst noch außen rumgehen. Wir können den bestimmt weiter angreifen. Aber einmal noch zum Gegenstand zurück. Und einmal noch, da ist auch eine Schelle. Das hier dann einfach. Au, die will es auch wieder. Okay, geht's doch nicht weiter. Ich will nur mal so kaputt machen, ne? Kein Material. Hier ist auch nichts, okay. Dann müssen wir doch da hoch. Also, müssen wir vielleicht kurz Ausdauer regenerieren. Dankeschön. Komm, nochmal reden miteinander. Ich will jetzt nicht mehr. Okay. Ich will jetzt nicht komplett auseinandernehmen, ne? Dann brauchen wir nicht komplett unterwürflich sein. Vielleicht hat er daraus gelernt, wer weiß. Will ich das? Naja, wir müssen schon mal da sein. Okay. Okay. Das ist ein mega Chicken. Autschi. Nix da. Ich hätte mal Loot fallen lassen. Ich bin enttäuscht. Das ist auch nix. Gut, dann gehen wir zu der Mama mit dem Riesenchicken. Hi Mama. Ja, es ist wunderschön. Ich hoffe, es wird bald Eier legen. Ah, ja. Oh, oh. Menschen. Ah, doch, ja. Ich habe einen Kornkopf. Bring einen zu ihr und sie wird alles tun, was ihr möchtet. Ich habe einen Kornkopf. Hier, schick, 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 schick. Ich werde zurück. Ja, sie wird sogar einen Kornkopf geben. Du wirst nicht wissen. Find die Kornkopf und zurückkommen. Sie wird nicht für nichts anderes. Okay, gut. Ich habe einen Kornkopf. 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 Vielen Dank.